Musik Musik Also, das ist jetzt auch. Alles Militärlager hier. Gut. Dann erstmal da hin. So, und jetzt? Ähm... Hier hin. Das Gebiet wird sicher gut verteidigt. Gut, dann geht's weiter nach... ...da. Ja. Genau. Ja. 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 Na. Dieser Nachlade müssen wir wirklich nicht sein. Ich muss nicht mal laufen. Hey, sag mal gehts noch? Ich will mich doch gar nicht hauen. Ach, wisst ihr was? Äh... Ich hör schon mal eine Runde ab. Ich habe keinen Bock drauf auf das Ganze. Muss ich jetzt hier drum rum rennen? Toll. Hä? Ich bin hier unterwegs. Wir konnten jetzt so langsam fahren, nachdem wir die ganze Zeit geritten sind. Und ja, wir werden dann wieder reiten. Abgebrannter Tempel, der Herr. Ich bin hier. Könnt ihr brüllen wie ihr wollt? Ich lasse mich jetzt auf keine Kämpfe ein. Fischotof. Fischotof. Was ist das? athen da müssen wir ja auch noch hin webstupe jetzt verlierst du gerade den überblick vorlauter fragezeichen tempel des asclepios ich will den wenigstens mal gesehen haben ja aha okay so nächstes ziel ist dieses jetzt sind wir ja doch hier drinnen unterwegs heiligtum auftrag hier liegen sogar läufer aus mein lieber ist aber edel die lassen es ganz schön krachen hier gefängnis gefängnis okay ich nehme jetzt bewusst nichts mit gilt ja alles als stehlen kann man jetzt nicht brauchen athens münze prägeranstalt wahrscheinlich die karte braucht jetzt irgendwie etwas lange finde ich bleib wo du bist dann passiert doch nichts na komm steck deine keule wieder weg haus von zoolon schuss ähm genau da hin nein wir plündern jetzt nicht warte warte alle deine frage hier warte hier jetzt hier hier fourth warte hier 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 Ich muss rausfinden, was das ist. Reiten wir vor, Boss. Wie, Piraspi, nicht hier. Eieieiei, diese scheiß Nachlauterockler. Weil die Texturen nicht bei Zeiten geladen werden. Nicht schön. Das nervt. Oh, Mann. Ist ja ätzend. Und das letzte Ziel in dem Gebiet. Ja, ich komme euch nie in die Quere. Tempel des Hephaistos. Gut. Mal ins Inventor gehen zur Abwechslung. Was ich da getan habe. Okay. Hä, noch mehr? Ah ja, okay. So. Ach, alles Schwerter. Ich möchte keine Schwerter einsetzen. Was ist denn jetzt noch? Ach. Ah. Nein. Hm. Nerf. Haben wir es jetzt alles? 23, nein. Was? Ach so, da oben. Okay. Ich bin heute ein bisschen blind. 24, 26. Und Beinschutz. 24, okay. 5, 17, 20, 22, 23, 25, 25, aint. 24, 25, 25, 26, 26, 27, 24, 25, 26, 27, 27, 25, 27, 28, 28, 29, 29, 28, 29, 29, 30, 30, 29, 31. Ähm, Karte, 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 Karte. So, jetzt geht's nämlich noch hier hin. Jetzt war's mal raus aus Athen. Oh, warum denn nicht? Aha, da ist es. Bewegung! So, darf ich erst mal raus aus Athen. Damit diese Nachlade-Orke ein Ende nehmen. Nein. Mit Sicherheit nicht. Kommt schon, ich will raus hier. Ist schon klar, dass Athen groß ist. Oh. Oh, endlich. Ach, ja. So, komm. Gib groß. Elah. Los. Lafrio Silbermine Was denn nun? Eine Höhe Ach das ist die Silbermine Ok komm wahren doch mal wieder Oh Synchronisationspunkt Wo ist der? 300 100 200 Münzen Ja ja Kriegt euch ein Ja komm steckt das Ding wieder ein Und das ist Torikos Militärlager Aha Da vorn Ist der Synchronisationspunkt Löwen und Turm Amsunion Was waren das jetzt so Löwen und Geparden oder sowas Keine Ahnung Kennen wir schon nie aus bei den Raubkatzen Ja A 1 2 3 2 2 2 1 Turm Amsunion! Synchronisiert! So, werfen wir nochmal einen verträumten Blick auf die Karte. Da drüben ging es dann weiter. Ah, Scheiße! Da werden wir mal die Insel erkunden, ne? Oh, wieder ins Lerche gedreht, Scheiße! Das war aber schon wieder kurz vorm Abnibbeln. Das ging ganz flink. Hier freut sich keiner, mich zu sehen. Haus des Anführers. Dann geht's weiter mal hier hin. Das haben wir noch gar nicht erforscht. Ach, das ist wieder herrlich hier. Ein Traum. Spring! Das ist wieder die blanke Urlaubsgegend. Herrrlisch! Übersicht! Acropolis von Cartier. Na, komm, klatter weiter Jetzt renne ich nicht noch mal zurück, nehmen wir das mit Und den nehmen wir auch mit Was ist er denn? Hallo, wo bist du? Ach, der haut vor dem Viehstab, vergessener Wachtturm Ach, sag immer, hackt so oder was? Was ist denn das Mistvieh? Was ist denn das Mistvieh? Oh, mit Lorch! Ja, freilich! Vielleicht geht's wohl zu gut oder was? Was ist denn der Höhle? Was ist denn der Höhle? Knorre! Knorre, Höhle! Ach, da ist der Eingang! Oh, das ist der Höhle! 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 Oh, die Höhle! Das Gäste ist der Höhle! Aaaaaaaaaahhhhhh scheiße! Komm schon diese Kackhöhle, die hab ich doch schon entdeckt. Sooo, jetzt gibt's hier draußen noch was. Jetzt keine Lust mich nochmal mit dem Vieh rum zu ärgern. Untergegangener minuischer Palast. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Na was, nun greifst du an, oder was? Na was, nun greifst du an, oder was? Er greift doch mal an. Blödes Vieh. Aber nicht leise. Untergegangener Palast abgeschlossen. Minoischer Palast genauer genommen. Gut, das ist auch erledigt. Aber wer hatte denn das Boot versenkt, was dort vom Schwamm? Und die Schal verschlagen hat. Die Schalte der Schalte der Schalte der Schalte. Die Schalte der Schalte der Schalte der Schalte. Die Schalte der Schalte der Schalte der Schalte der Schalte.